Go Buster! Sie macht das sehr gut, nicht wahr? Na komm Buster, probiere du es doch auch mal. Vorsichtig! Oh, armer Buster, das Eis ist sehr glatt. Das scheint Scout nicht aufzuhalten. Sieh, wie sie loszieht! Ich glaube, Buster hat Angst vorm rutschigen Eis. Na komm Buster, das ist doch kein Grund, sich zu fürchten. Haha, los geht's, du schaffst das schon. Und schon geht Buster auf dem Teich skippen. Und wie er jetzt loslegt. Beide haben unglaublich viel Spaß auf dem Eis. Gut gemacht Buster, Scout ist sehr beeindruckend. Oh wow, sieh wie Buster durch die Luft fliegt. Sima, du hast das Eis zerbrochen. Das Eis zerbricht noch mehr. Und es ist um Scout herumgebrochen. Sie sitzt fest. Buster, was machst du nun? Wenn du dichter rangehst, wird das Eis bestimmt brechen. Großartige Idee! Herr Schneemann wird das Eis nicht zerbrechen. Bitte hilf uns, Herr Schneemann. Sieh, wie er es macht. Er rettet Scout. Gut gemacht, Herr Schneemann. Und tolles, schnelles Denken, Buster. Ich glaube nicht, dass Buster und Scout noch mehr skaten wollen. Danke, Herr Schneemann. Tschüss, Buster. Tschüss, Scout. Tschüss, Custod. Tschüss, Custod.